Wenn man wie ich schon seit relativ früher Kindheit so sechs, sieben Videospiele konsumiert und dazu noch so ein steinaltes Relikt ist wie ich, nämlich Baujahr 79, ja wir alten Leute sagen noch Baujahr, dann hat man so einige Spiele miterlebt. Man hat natürlich nie alles gespielt, genauso wie man heute nicht alle spielen kann. Damals gab es das Geld nicht, heute die Zeit nicht. Ihr kennt das alles. Aber seit der Zeit gibt es einige Franchises, die schon die 20 plus Jahre existieren und die es immer noch gibt. Also ich spreche hier jetzt über Franchises, die schon vor 20 bis 25 Jahren existiert haben, die man heute immer noch spielen kann. Nicht die Teile von damals, sondern die heute immer noch erscheinen. Und welche das sind, das erzähle ich euch nach dem Intro. Ein wunderschönen guten Morgen, mal sagt guten Abend, sondern einfach moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Kevin aka Prono2K und ich habe beschlossen, als schwer alternder Sack, der schon so einiges an Sachen Videospielen mitbekommen hat, sprechen wir mal über Franchises, die schon 20 bis 25 Jahre auf dem Buckel haben und immer noch existieren. beziehungsweise demnächst wieder existieren werden. Also noch die Franchises existieren. Aber es geht darum, dass ich auf dieser Liste Spiele habe, wo jetzt kürzlich erst noch Spiele sogar entstanden sind, obwohl die schon 20 Jahre und älter sind. Oder wo man weiß, dass es noch neue Teile geben wird. Das können Remakes sein, das können richtig neue Teile sein, das können Remaster sein. Aber effektiv sind diese Serien noch nicht tot. Und welche das sind, da sprechen wir jetzt drüber. Dementsprechend habe ich euch 15 Franchises rausgesucht beim Durchstöbern. Das sind jetzt 15 Franchises, die ich tatsächlich auch quasi seit dem ersten Teil miterlebt habe. Was nicht heißt, dass ich jeden Teil bis zum Erbrechen gespielt habe oder ausgiebig gespielt habe. Aber ich habe bei allen diesen Franchises, 15 Stück an der Zahl, habe ich den Originalteil, quasi den Start des Franchises mitgemacht, also das heißt mitgemacht, mitbekommen und auch gespielt. Und die gibt es teilweise heute immer noch und die spiele ich teilweise heute immer noch. Manche mehr, manche weniger. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Resident Evil. Für mich ein Spiel, das auf der Playstation 1 sein Zuhause hat. 1996 erschien und ein Startschuss zu einer Franchise, die bis heute noch existiert. Und sogar dieses Jahr, wo ich dieses Video aufnehme, 2023, gerade noch einen neuen Teil, beziehungsweise eine Neuauflage bekommen hat, nämlich vom vierten Teil. Natürlich, habe ich schon an einigen Stellen erwähnt, mehr Bezüge, beziehungsweise mehr Nostalgie übrig für Resident Evil 2, was objektiv gesehen natürlich, naja sagen wir so objektiv gesehen natürlich, das bessere Spiel ist. Ist der zweite Teil, logisch, da konnten die mir ausarbeiten. Ist auch einer der besten Titel, für mich immer noch der beste Teil der Reihe. Hab damit natürlich auch wesentlich mehr Stunden verliebt, auch mit Freunden, wo man im komplett dunklen Raum gespielt hat. Also einer hat gespielt, die restlichen haben Backseat Gaming mäßig zugeguckt und Tipps gegeben. Aber auch Resident Evil 1 habe ich damals gespielt. Allerdings muss ich dazu geben, dass ich da, das habe ich nie zu einem Ende gebracht. Und ist gefühlt in meiner Erinnerung auch ein bisschen schwieriger. Dann kam natürlich noch Resident Evil 3, Nemesis, dann kam das viel gelobte Resident Evil 4, bei dem ich tatsächlich so ein bisschen raus war oder raus bin, weil das doch einiges anders machte. Davor kam natürlich noch Code Veronica. Ich kann euch jetzt nicht alle Titel aufzählen, die sehr existierten. Von einer offiziellen, durchnummerierten Reihe haben wir quasi, jetzt muss ich gucken, acht Titel. Logischerweise, denn wir haben Resident Evil 1, wir haben 2, wir haben 3, Nemesis. Wir haben Resident Evil 4, das dann alles so ein bisschen über den Haufen geworfen hat. Wir haben 5, das schon ein merkwürdiges Setting hatte in Afrika, sehr actionlastig wurde. Wir haben den Teil, den wir nicht nennen, weil das einfach nur ein Koop-Action-Spiel war, das den Namen nicht mehr verdient. Dann haben wir Resident Evil 7, das war glaube ich, 8 war Village. Und 7, das dann so plötzlich aus der Ego-Perspektive, da war ich auch so ein bisschen raus. Also man muss gestehen, so wirklich aktiv gespielt habe ich eigentlich nur 1, 2, 3. 4 habe ich mal ausprobiert, Code Veronica natürlich. Ich habe in 6 es gewagt reinzugucken, ich habe in 5 ein bisschen gespielt, aber dann war ich auch so ein bisschen raus. Von 7 habe ich glaube ich noch die Demo gespielt, aber das aus der Ego-Perspektive, das war persönlich nicht so meins. Und 8 habe ich mich gar nicht erst dran versucht, weil das auch wieder eine Ego-Perspektive war, wollte ich eigentlich mal eine Chance geben, als das DLC mit der Assert Person gekommen ist, das noch gar nicht so lange her ist. Aber wie dem auch sei, ich will mich eigentlich gar nicht zu lange mit einzelnen Franchises auseinandersetzen, weil sonst wird dieses Video sehr lang. Jedenfalls 1996 erschienen, älter als 25 Jahre. Es ist älter als 25 Jahre, 23 minus 2 sind 2003 Jahre. Ja, also beschränken wir uns auf älter als 20 Jahre und immer noch am Markt. GTA Grand Theft Auto 1997, ich habe es an manchen Stellen schon erzählt. Ich habe damals die Demo von dem ersten Grand Theft Auto, was ja noch ein Top-Down-Action-Weiß ich nicht, was Spiel war. Ich habe mit der 5-Minuten-Demo, man konnte nur 5 Minuten spielen, habe ich Stunde um Stunde verbracht, auch mit meinem besten Freund damals zusammen. Wenn es darum ging, wer kriegt am meisten Polizei auf den Planer gerufen, wer überlebt am längsten, was kann man, was schafft man. Also ich habe mit der 5-Minuten-Demo sehr viel Zeit verbracht. Und das war damals mein erstes Big-Box-PC-Spiel, das ich zu Vollpreis gekauft habe, von der ich die Big-Box bis heute noch besitze, inklusive den Maps. Also es gibt ja, viele Leute sammeln ja und einige Menschen bewahren auch viele Dinge aus der Jugend auf. Ich habe das selten geschafft oder musste das mal verkaufen oder habe es verschenkt oder sonst was. Aber GTA habe ich immer noch die Original-PC-Big-Box von 1997, als ich mir das gekauft habe. 80D-Mark, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist also ziemlich günstig gewesen. Also für 40 Euro kriegst du heute nicht mehr so einen Kracher. Dann kamen wir die GTA 2, das habe ich nie sehr ausgabig gespielt, war mehr von dem Gleichen, bekam aber noch ein Add-On. Beziehungsweise ein, ja DLC nicht. Ja, doch ein Stand-Alone-Add-On mit 1900, naja, irgendwas in England. Und dann kam der drastische Sprung, der GTA in die Richtung brachte, die wir heute eher kennen mit GTA 3, das plötzlich dreidimensional war mit einer offenen Welt und ja, Leute überrascht hat. Dann bekamen wir GTA Y-City mit diesem 80er-Jahre-Setting und dem neonfarbenen Miami-City-Verschnitt. Wir bekamen San Andreas, wo wir mal festhalten wollen, San Andreas, wo man dann plötzlich essen konnte. Wenn man zu viel gegessen hatte, konnte man, er wurde man zu dick, man konnte trainieren, dadurch bekam man Muskelwasser, man konnte seine Frisuren und sowas. Also San Francisco, nee, San Andreas hat einige Elemente, die es in spätere Teile, glaube ich, nicht mehr geschafft haben, weil, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich habe GTA 5 ja ein bisschen gespielt, GTA 4 auch. Das ist natürlich nach den, das ist übrigens witzig, wir haben erst fünf Hauptteile, weil San Andreas und Y-City keine Nummerierung bekommen haben, obwohl es die Nachfolger von 3 waren. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall bin ich der Meinung, dieses so mit dem Essen und Trainieren und das sieht man auch wirklich optisch im Charakter, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Es ist die Frage, ob das vielleicht mit dem sechsten Teil, weil wir wissen, sechster Teil ist in Arbeit, der könnte 2023 vielleicht erscheinen oder gibt es schon einen Release-Termin? Ich glaube, es gab sogar schon einen Release-Termin. Wenn es den gibt, blende ich ihn ein, aber eine Franchise von 1997, die auch heute noch existiert und größer denn je ist, weil damals, ich denke mal, das erste GTA wurde vielleicht ein bisschen belächelt, aber muss ich ja mit dem zweiten Teil gut verkauft haben oder spätestens mit dem dritten Teil. Also die ersten beiden Teile müssen ich gut genug verkauft haben, um den dritten Teil zu rechtfertigen und der war dann so bahnbrechend, dass, ja, ab dann dieser Aufstieg von 2K mit der GTA-Serie losging. Aber definitiv älter als 20 Jahre und heute noch bekannt und immer noch am Markt. 1986. The Legend of Zelda. Das wird wahrscheinlich so der kürzeste Part, aber auch das ist eine Spielreihe, die ich schon seit Beginn an quasi mitverfolge, die ich aber definitiv nicht so intensiv gespielt habe wie andere Franchises, die hier im Video aufkommen werden. Aber 1986 ist Nintendo mit The Legend of Zelda gestartet. Ein Action-Rollenspiel mit isometrischer Draufsicht. Und ich meine, was soll man zu Zelda sagen? Wir sind jetzt bei Tears of the Kingdom. Ich weiß nicht genau, was bei Zelda zu der Hauptreihe zählt, wie viele Teile es insgesamt gibt, weil ich weiß, es gab nachher noch so diese Minish Cap und irgendwie die Handheld-Ableger. Ich sag mal so, für mich ist Zelda The Legend of Zelda, hauptsächlich dann A Link to the Past oder wie hieß denn das auf dem Super Nintendo? Was hieß denn das auf dem Super Nintendo oder A Link to the Past? Wie hieß denn das auf dem Game Boy? Verdammte Scheiße, das ist jetzt peinlich. Jeweils den Titel auf dem Game Boy mit dem WindEye, den habe ich durchgespielt. Den habe ich mir auch nochmal in dieser Neu-Interpretation für die Switch gekauft. Ich habe mir auch Breath of the Wild gekauft. Aber es ist immer so die Titel, wo ich es reingespielt habe. Wie gesagt, Link to the Past, das erste Zelda, Breath of the Wild, Wind Waker habe ich mal reingeguckt. Auf dem N64 habe ich natürlich früher mal so bei Freunden reingeschielt. Ich habe damals nie einen N64 besessen. Und natürlich Breath of the Wild. Aber das ist keine Reihe, die ich wirklich lange durchgezogen habe. Abgesehen von Link's Awakening. So heißt er auf dem Game Boy. Link's Awakening, für mich bester Titel. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich den am meisten gespielt habe. 1983. 1983 natürlich wieder Nintendo. Und in einem Video wie diesem, wo es um Franchises geht, die schon ewig und drei Tage alt sind, muss natürlich auch Mario vorkommen. Mit Mario Bros. 1983. Ikonischer Klempner. quasi, naja, nicht quasi, eigentlich effektiv Maskottchen von Nintendo. Und natürlich bis heute in aller Munde in weiß ich nicht wie vielen Ablegern und Varianten mit Mario und Rabbids und Mario Luigi RPG. Und, ach, da überblicke ich das Spektrum an Mario spielen. Überblicke ich gar nicht Mario Smash Bros. Wo der überall verwurstelt wurde. Aber ich spreche jetzt so von diesem rein Mario, schrägstrich Super Mario Bros. Franchise. Diese Plattformer. Drei-dimensional, zweidimensional, zeitlos. Also Super Mario Bros. Eins, zwei, drei. Auf dem NES allesamt geil kann man bis heute spielen. Denn natürlich auf dem Super Nintendo, dann haben sie irgendwann Yoshi eingeführt. Und es ist N64 natürlich, Super Mario 64. Zu Super Mario muss ich euch nichts erzählen. Ich wollte euch nur erzählen, das gibt es seit 1983. 1983, über 20 Jahre. Und immer noch wahrscheinlich eins der bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten Franchises. Und irgendwie immer noch exklusiv auf Nintendo. Und immer noch ein Zug wird für Nintendo. Weil ich glaube, keiner, der irgendeine neue Nintendo-Konsole kauft, kauft sich nicht mindestens ein Super Mario Spiel. Ist meine Vermutung. Also ich tue es jedenfalls. Und ich wollte gerade sagen, das seit 1983, nein. Also 1983 habe ich sicherlich noch kein Super Mario gekauft. Da war ich vier. Aber meine Reise hat halt auch mit dem ersten begonnen. Nicht 83. So wahrscheinlich eher so 86, 87. Aber definitiv hat meine Reise, auf der ich, nein, hat Marios Reise, auf der ich ihn seitdem begleite, da seinen Anfang gefunden und existiert bis heute und wird auch weiterhin existieren. Da sind wir uns, glaube ich, alle sicher. 1987, Final Fantasy. Wenn wir rein von durchnummerierten Teilen sprechen, dann erwartet uns 2023 der 16. Ableger. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass ich damals wirklich schon, oder wann ich den ersten Teil gespielt habe, aber die ersten Teile und ich werde sie nie sehr ausgiebig gespielt haben. Am ausgiebigsten gespielt habe ich tatsächlich Final Fantasy VIII. Da habe ich es damals zumindestens, glaube ich, bis auf die dritte CD, also PlayStation 1, geschafft. Aber früher habe ich da sicherlich auch mal reingucken können. Vielleicht habe ich es nie bewusst gespielt, aber ich weiß schon seit vielen, vielen Jahren, dass es Final Fantasy gibt. Heute auch größer als je zuvor. Und ich bin der Meinung, und da kommt jetzt gefährliches Halbwissen, dass Mystic Quest eigentlich Final Fantasy Legend oder sowas in der Art heißt und im Grunde ein Ableger von Final Fantasy ist. Und wenn dem so ist, dann habe ich ja so damals so um den Dreh, also Mystic Quest auf dem Game Boy wohlgemerkt, nicht auf dem Super Nintendo, ist, glaube ich, wirklich ein, ist ein anderer Titel und hat mit Final Fantasy nichts mehr zu tun. Aber wie gesagt, ihr dürft mich gerne korrigieren. Ich bin der Meinung, Mystic Quest auf dem Game Boy war eigentlich ein Final Fantasy Legends oder so ähnlich. Und damit habe ich auch sehr früh schon Final Fantasy gespielt. Ansonsten, wie gesagt, Acht. Ich habe in Zwölf ein bisschen reingeguckt. Ich habe in Drei Zehn oder Lightning Blah, also immer mal so ein bisschen reingeguckt, in Fünfzehn ein bisschen. Und jetzt bin ich tatsächlich nach Trainern drauf und dran, mir Sechzehn, nein, Fünfzehn, da habe ich reingeguckt, in Sechzehn bin ich drauf und dran zu kaufen, weil das sieht schon verdammt gut aus. Und da ist man mehr so actionreiches Kampfgameplay. Wir dürfen gespannt sein. 1994 erschien ein Arcade Racer oder Arcade Racer namens The Need for Speed bzw. Road and Track The Need for Speed. Damals auf dem PC und auf der Playstation 1, daher kenne ich das, hatte man einige Autos zur Auswahl und konnte verschiedene Strecken abfahren gegen die KI. Da ist noch nichts von viel Action und Tuning und so drin gewesen, wie wir es heute haben. Der jüngste Ableger jetzt ist, ich wollte gerade Rivals sagen, also die Need for Speed Reihe hat das schon auf diverse Ableger gebracht, deren Namen ich alle nicht mehr nennen kann. Ich weiß nur für mich die Highlights damals, Need for Speed 1, also The Need for Speed, sehr, sehr geil, Need for Speed Underground 1, gesuchtet, Most Wanted, das erste, gesuchtet, Hot Pursuit, auch sehr gemocht. Und ab dann hat es mich so ein bisschen verlassen. Man merkt auch jetzt wieder, dass Need for Speed hat nicht, ist jetzt ein Franchise, das es immer noch gibt, aber das hat bei weitem jetzt nicht mehr den Rang und den Namen, den es damals meiner Meinung nach hatte. Kann natürlich auch alles verklärte Nostalgie sein, aber für mich hatte Need for Speed so bis Most Wanted dem ersten wirklich einen richtig guten Ruf. Gut, da gab es auch mal irgendwelche Undercover-Teile oder so, das reden wir nicht drüber, aber Need for Speed, eine Reihe, die heute noch existiert, von der EA wohl immer noch versucht, sie irgendwie mal aus dem Dreck in den Glanz zu erheben. Was aber nie so richtig funktionieren will, weil sie wohl immer irgendwelche falschen Entscheidungen treffen, ändert aber nichts daran, dass diese Serie auch schon älter als 20 Jahre ist und immer noch existiert. Und sind wir mir ehrlich, vermutlich auch immer noch existieren wird, weil ich glaube nicht, dass das letzte Need for Speed, dessen Titel mir halt nicht einfallen will, dass das das letzte Need for Speed bleibt. Da glaubt, glaube ich, keiner von uns dran. Aber vielleicht haben einige, wie ich, noch Hoffnung, dass mal wieder so ein richtig schönes Need for Speed kommt, vielleicht ja sogar ein Remaster oder Remake von Underground, beziehungsweise viele wünschen sich Underground 2, vielleicht so eine Mischung daraus. Man weiß es nicht, ne? 1996. Die Liebe meines Lebens, hätte ich beinahe gesagt, um Gottes Willen. Lara Croft erblickt das Welt, das Welt der Licht. Das Licht der Welt. So. Ursprünglich als so ein Indiana Jones-Abklatsch. Sollte sie sehr schnell Kult-Status erreichen. Ich habe auch da schon an diversen Stellen erwähnt, ich habe die ersten Teile immer nur so ein bisschen, naja, angespielt. Es klingt weniger, als ich gespielt habe. Also, ich habe sie früh immer gerne gespielt. Ich habe insbesondere mit der Demo von dem ersten Tomb Raider wahrscheinlich sogar mehr Zeit verbracht, als mit der Vollversion von Tomb Raider. Nichtsdestotrotz ist das ein Franchise, das mich bis heute begleitet, das ich bis heute mag, in jeder Ausprägung aussah. Aber, wie heißt denn das bei Tomb Raider? Angel of Darkness, aber das wissen wir alle. Auch Tomb Raider ist so ein Franchise, da muss man vielen Leuten nichts mehr drüber zu erzählen. Ich will jetzt auch kein Geheimnis draus machen, dass der Reiz an Tomb Raider sicherlich auch immer war und immer sein wird, dass man einer sehr hübschen jungen Dame, die ja nicht alt hat, aufs Hinterteil gucken darf. Leider sind ja die Brüste ein bisschen kleiner geworden. Dafür sind sie auch runder geworden und nicht mehr so eckig wie früher. Die ist nicht mehr so spitz wie damals, wie Nachbars Lumpi. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber warum hat es Tomb Raider in dieses Video geschafft, wenn der letzte Teil doch eigentlich auch schon wieder gefühlt fünf Jahre her ist? Naja, weil wir aktuell wissen, die Marke Tomb Raider wurde an THG Norek bzw. die Embracer Group verkauft. Und die wissen, mit Marken umzugehen. Und da war ein Tomb Raider oder ist ein Tomb Raider in Entwicklung. Und ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch keine News gehört, dass dem nicht mehr so ist. Also wird es hoffentlich noch einen weiteren Tomb Raider Teil geben. Ob das denn ein Shadow on the Tomb Raider anschließt oder wieder ein Reboot ist oder was auch immer. Aber ich hoffe, insgeheim, da ich noch nichts Gegenteiliges gehört habe, dass das Franchise Tomb Raider immer noch nicht tot ist, auch schon über 20 Jahre existiert. Hat es zwar nicht auf ganz so viele Titel geschafft wie manch andere, wie ein Final Fantasy oder wie ein Zelda. Aber dennoch ein Kultstatus, die zumindest die Figur Lara Croft und das Spiel an sich durchaus viele Fans hat. Mich eingeschlossen, wie man vielleicht sehen kann und wie man auch da im Regal sehen könnte, wenn ich es euch zeigen würde. Aber ihr wisst das, wer mich länger schaut, weiß, hat hier am Plätzchen in meinem Herzen die gute Lara und wird sie auch behalten. Und vielleicht werde ich mit 60 noch an ihr rumspielen, hätte ich beinahe gesagt, um Gottes willen. 1997, ein Meilenstein für die Playstation 1, Gran Turismo. Auch dort sind wir nach Nummerierung erst bei Gran Turismo 7, sieben Teile. Was aber auch nicht weiter verwunderlich ist oder eigentlich eher schon verwunderlich ist, weil so im Grunde, abgesehen von der Playstation 1, wo wir Gran Turismo 1 hatten und Gran Turismo 2, kam danach nur auf jeder, kam das hin? Warte mal, wie hatten denn? Auf der Playstation 2 hatten wir dann wahrscheinlich Gran Turismo 3 und auch Gran Turismo 4. 5 war Playstation 3, auf 4 war Playstation... Warte mal, es kommt durcheinander. Auf jeden Fall haben wir sieben Hauptteile, wie wir wissen. Ich vermisse bis heute die Qualifikation und den festen Start. Irgendwann haben sie sich entschlossen zu fliegen im Start, aber egal. Damals auf der Playstation 1. Gran Turismo 1 war schon... Also wenn ihr heute das Gameplay seht, sind das Klötzchen in Bewegung. Aber wenn ihr es damals miterlebt habt, war das der heiße Scheiß. Es ist ja auf jeder Playstation-Generation ist es ein Showcase, was die Konsole kann. Das war das, was damals die Playstation 1 konnte. Und was haben wir Zeit verbracht mit Gran Turismo 2? Den Skyline bis ans Erbrechen getunt, bis nichts mehr ging und man dann nur noch mit Tunings da was rausholen konnte. Und wir uns dann Zeiten um die Ohren geschlagen haben. Immer Bestzeiten auf der Memory Card gespeichert zum Kumpel rüber gucken, welche Zeitohre kann ich die schlagen. Oder auch so Dummheiten wie mit dem Mazda DMU einfach mal 99 Runden auf der längsten Strecke und damit den ganzen Abend verbracht. Es war ein langer Abend. Aber es ist eine tolle Franchise für Auto-Enthusiasten. War es damals, ist es heute. Soll jetzt mit VR so richtig geil sein. Ich werde mir Playstation VR nicht holen. Also Playstation VR 2 nicht, 1 nicht. Aber das war mal dahingestellt, Gran Turismo auch nicht tot zu kriegen. Seit über 20 Jahren mit dabei und eigentlich auf der Playstation 1 auch nicht wegzudenken. Weil was haben wir dann als Alternative auf der Playstation sonst? 1995 kam ein Prügler, der heute glaube ich ein bisschen an Glanz verloren hat und ein bisschen seinen Namen und Rang verloren hat. Aber Tekken 1 und insbesondere Tekken 2 damals auf der Playstation 1, also Tekken 1, 2, 3, allesamt auf der Playstation 1 waren zu ihrer Zeit. Ja, sie haben Virtua Fighter den Rang abgelaufen, falls jemand von euch noch Virtua Fighter von Sega kennt. Tekken hatte geile Kämpfer, die an teilweise auch bekannte Charaktere angelehnt waren. Wie zum Beispiel Chun-Li, wollte ich gerade sagen. Jackie Chan als ein Beispiel. Wir haben auch verrückte Charaktere gehabt wie Bären oder King mit seiner Löwenmaske. Nee, Tiger-Maske, Tiger-Maske glaube ich. Yoshi Mitsu, das hat so ikonische Charaktere. Wirre Story, aber die Story hat mich eigentlich auch nie interessiert und ich glaube, die gab es zu 1 und 2 auch noch nicht so wirklich. Das kam erst später. Aber es ist auch mit Tekken 8 eine Serie, die jetzt dieses Jahr, also 2023, auch noch weitergeführt wird. Das heißt, wir haben auch dort über 20 Jahre, aber nur 8 Hauptteile. Aber es gab noch sowas wie Tekken Tech Tournament of the Playstation 2, Tekken Tech Tournament 2. Tekken 3 hatte plötzlich so eine Art Arcade-Modus. Also nicht so gegen einen Gegner nacheinander, sondern so durchrennen und mehrere Leute wegmopsen. Und wegmopsen? Was für Titel? Naja, Tekken, auch über 20 Jahre alt, immer noch ein Begriff bei vielen Menschen. Aber es ist, glaube ich, inzwischen von einigen, also meiner Meinung nach, ich will euch da den Spaß dran nicht absprechen. Was auch nicht heißt, dass ich da keinen Spaß mit drin habe, aber es wurde von anderen Titeln überholt. Und die, naja, von einer Reihe, die auch älter ist, die, naja, Tekken halt. 1987 erschien eine andere Reihe. Auch Prügler, definitiv wesentlich bekannter, bekommt auch dieses Jahr einen neuen Teil. Die Rede ist jedenfalls von Street Fighter. Bekommt 2023 auch einen neuen Ableger. Also wie gesagt, gleich vorweg, es gibt drei große Prügel-Franchises, die damals top-notch waren, hätte ich bei mir gesagt, so in aller Munde waren. Die auch immer verschiedene Gruppen ein bisschen ansprechen, die es heute noch gibt. Street Fighter ist einer davon. Davon wahrscheinlich das ikonischste Super Street Fighter 2, beziehungsweise Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 oder Super Street, Hyper Street, also es gab so viele Editionen von Street Fighter 2. Aber das ist so für mich mehr der Einstieg gewesen als der erste Teil, weil, ich meine, logischerweise, wenn man an Street Fighter 2 spielt, dann geht man davon aus, dass es auch einen ersten Teil gab. Ja, den habe ich aber, glaube ich, nie, ich glaube, bis heute nicht gespielt und den zu kaufen, ist, glaube ich, auch ganz schön schwierig. Ich glaube, das Modul bekommt man kaum noch. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht möchte mir das ja mal jemand zukommen lassen, dass ich in meinem hohen Alter nach über 20 Jahren mal den ersten Teil, den Start der Reihe nachvollziehen kann. Auf jeden Fall für mich war Street Fighter 2 immer das Maß der Dinge. Ging natürlich dann aber auch weiter mit Street Fighter 3, glaube ich, gab es sogar. 3 war es, es war 3 nicht, ich weiß nicht, auf welcher Konsole das erschien, muss ich ehrlich gestehen. Gab es zum Beispiel, das war für mich eigentlich so ein Nintendo-Spiel, was ja nicht wirklich stimmt. Aber gab es auf dem Gamecube oder auf dem, gab es ein 3D-Teil auf dem N64? Ich weiß, es gab sowas wie Street Fighter EX plus Alpha, was dann so dreidimensional war. Die sind ja auch irgendwann in die dritte Dimension vorgestoßen. Aber ich erinnere mich nicht bewusst, jemals Street Fighters für N64 oder für ein Gamecube gesehen zu haben. Was aber auch daran liegen kann, dass ich mit den Konsolen nicht so fürchterlich viel am Hut hatte. Wie dem auch sei, auch über 20 Jahre alt, heute immer noch an aller Munde, insbesondere weil dieses Jahr auch wieder ein neuer Teil erscheint. Und Street Fighter hat es auch zu Filmen geschafft, hat es zu Serien geschafft, hat es zu Realverfilmungen geschafft. Übrigens, ich muss mich nicht so laut. Es gab ja den Realfilm mit Jean-Claude Van Damme. Den mag ich gerne gucken, auch wenn er Trash ist oder vielleicht weil er Trash ist. Und der Witz ist, denn gab es ja ein Spiel zu dem Film, der auf einem Spiel besaß, nämlich Street Fighter The Movie The Game. Auch für viele ein katastrophales Spiel. Erinnert ein bisschen an eine andere Videospielreihe, weil da so echte Menschen abgefilmt wurden und verdigitalisiert. Ich hab's in meiner Sammlung. Ist kein günstiges Spiel, obwohl das irgendwie keiner mag, aber ich mag es. Es ist einfach Street Fighter und das ist einfach lustig. Ich mag es. 1996 hätte sich ein Maskottchen für die Playstation entwickeln können oder es war ein offizielles Maskottchen, wenn Naughty Dog nicht irgendwann aufgehört hätte oder weil Baum. Ein Effektiv hat die Playstation kein Maskottchen. Ist aber auch völlig wurscht. Die Rede ist von Crash Bandicoot. Was soll man dazu sagen? Es gab Crash Bandicoot 1, 2, 3. Jetzt muss ich klar, 4, witzigerweise, wenn wir durchnummerierte teilnehmen, gibt's Crash Bandicoot 4 erst seit einigen Jahren. Das Franchise ist aber natürlich schon über 20 Jahre. Es hat inzwischen den Entwickler geweckelt, geweckelt, gewechselt, weil wir wissen alle, Naughty Dog hat die Rechte nicht mehr. Die wechselt nochmal von, ja, Naughty Dog, beziehungsweise wer hat's denn damals gepasst und published? Ich weiß es nicht. Jeweils wechselte das zu Sierra, wechselte es zu Activision und bei Activision ist es heute immer noch. Und wir bekamen die Remastered Collection 1, 2, 3, die wohl sehr gut ankam. Wir bekamen ein Racer, wie damals mit dem Crash Team Racing, nur in neu und hübsch. Wir bekamen Crash Bandicoot 4. 4. Und jetzt bekamen wir erst kürzlich so einen Party-Ableger. Das heißt, damit ist diese Franchise auch immer noch nicht tot. Und das nach über 20 Jahren. Und wenn man ehrlich ist, nach einer relativ langen Pause, ich glaube zuletzt sonst, obwohl eigentlich eine wirklich lange Pause, gab es nie. Weil es gab so Crash of the Titans und noch irgendwas auf der Xbox 360-Generation Playstation 3. Ich weiß gar nicht, ob es für Playstation 3 das auch gab, bestimmt. Eigentlich war Crash Bandicoot nie tot, aber es gab merkwürdige Ableger. Die Highlights für mich persönlich immer noch 1, 2, 3. Eigentlich am ehesten 2, weil für mich bester Titel 3 wollte dann schon wieder zu viel, aus meiner Sicht. 4 wollte definitiv noch mehr wissen und hat Mechaniken angebaut, die mich, alt Mann, also da bin ich raus, habe ich angespielt, habe ich natürlich gekauft, genauso wie ich die Remaster-Teile gekauft habe. Die Insane Trilogy mag ich auch immer mal wieder reinspielen, aber ich glaube inzwischen nicht. Ich bin halt einfach, ich bin auch über 20 und damit zu alt und ich bin auch kein Franchise, aber ich existiere auch immer noch. 1992 erschien ein Spiel, das ich damals mit Sicherheit nicht spielen durfte, was mich aber nicht daran gehindert hat, dass ich es getan habe. Da sind wir wieder bei den echten Menschen, die gecaptured wurden und digitalisiert und einem Spiel, das seinerzeit und lange Zeit mit Indizierungen zu kämpfen hatte, nämlich Mortal Kombat. Auch Mortal Kombat, ironischerweise, Mortal Kombat 1 erscheint im Jahr 2023 erneut, wird also quasi rebooted. Eigentlich wäre es der 12. Teil. Wir blicken alle zu diesem Zeitpunkt des Videos noch nicht durch, warum Mortal Kombat 1 irgendwie wurde mit der Story von Elf wohl die Story neu geschrieben. Ich habe die Story noch nicht beendet, aber Mortal Kombat ist auch so seit, ja, seit 9 definitiv wieder ein Teil, ein Franchise, wo ich immer die Teile kaufe. Sehr geiles Over-the-Top-Prügel-Franchise, das damals einfach nur brutal war, darunter litt und dann indiziert wurde. Das heißt, man durfte, glaube ich, quasi Mortal Kombat 1 damals gar nicht spielen. Ich glaube, 2 und 3, das wurde alles nicht besser. Aber wir haben ja gemerkt, so seit Mortal Kombat 10 ist es, glaube ich, da setzte bei der USK ein Umdenken ein und es wurde akzeptiert, dass Mortal Kombat heutzutage auch die Gewalt, die es darstellt, so dermaßen übertreibt, dass man merkt, das kann nicht echt sein. Die nehmen sich selbst, was das angeht, nicht ernst und das ist halt einfach abgefahren. Aber man muss sagen, der Impact, wenn man sich prügelt und die Charaktere, die es alles gibt und die Cameos, die sie inzwischen, die Skins, die sie da einbauen mit dem Rambo, mit dem T-800, mit den Turtles. Eigentlich fehlt nur noch, dass demnächst nochmal Batman da auftaucht, was da vielleicht gar nicht mal so, obwohl ich glaube, das ist mit den Rechen schwierig. Aber Video Mostai, Reihe, die mir immer wieder Spaß macht, die immer wieder derbe ist und auch älter als 20 Jahre, genau genommen älter als 30 Jahre, wenn wir bedenken, dass der erste Teil, also eigentlich 1992 erschienen ist, aber quasi jetzt 2023 wieder erscheint. Also verwirrend. Also Franchises, die irgendwann die Nummern einfach weglassen oder die gleichen Nummern nochmal oder einfach den gleichen Titel nochmal, so wie Tomb Raider wir vorhin hätten. Damals 1996 Tomb Raider, 2013 plötzlich wieder Tomb Raider. Das sind Entscheidungen, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich denke, genau wie bei Tomb Raider 2013 steht Mortal Kombat 1 für das gleiche, nämlich ein Reboot der Reihe und damit eine Weiterentwicklung wahrscheinlich. Auf jeden Fall auch über 20, beziehungsweise in diesem Fall sogar über 30 Jahre alt und immer noch bekannt und immer noch beliebt. 1984, wenn man von Franchises spricht, die es bis heute gibt in diversen Iterationen und die wahrscheinlich auch jeder von euch, mag ich so behaupten, jeder der mich schaut, jeder von euch wird einen Titel dieser Reihe gespielt haben. Und wenn ich das jetzt so sage und damit recht habe, müsst ihr jetzt keine Bauklotze staunen, dass ich das weiß, weil Tetris, Bauklotze Tetris, hm? Irgendjemand? Naja, egal. Hat sicherlich jeder gespielt. Ich habe das auf dem Gameboy gespielt. Ich habe das in der 3D-Variante als Blockout 3D gespielt, in irgendwelchen Mini-LCD-Gerätschaften, weil Tetris ist... Es ist ein simples Spielprinzip, das über Jahrzehnte jetzt existiert, das über Jahrzehnte, so wie es Spaß macht und mit Tetris Effect vor noch nicht allzu langer Zeit wieder einen neuen Ableger bekommen hat. Und ich bin mir sicher, es wird auch irgendwann wieder irgendeine neue Abwandlung oder Form von Tetris geben. Da bin ich jetzt nicht so tief eingestiegen, weder wie viele Hauptteile es gibt, also es gibt, glaube ich, kein Tetris 2 oder Tetris 3, die haben denn irgendwelche Beinnamen oder Puyo-Puyo-Tetris und wie sie alle heißen. Es ist auf jeden Fall ein großes Franchise, wo es darum geht, Klötzchen aneinander zu stapeln, damit man eine Linie bildet und diese dann verschwindet. Und Tetris muss man niemandem erklären. Tetris begreift jeder und hat bestimmt jeder schon mal gespielt, der hier dieses Video jetzt schaut. Und ist auch schon ziemlich alt und wird sicherlich auch in einer Zeit nicht aussterben, behaupte ich jetzt. Auch wenn ich nicht weiß, ob da jetzt irgendwas in der Entwicklung ist, aber es gab vor kurzem einen Film, ich glaube auf Apple TV, also habe ich nicht gesehen, ich nutze kein Apple TV, aber Tetris hat es zu einer Verfilmung geschafft, nämlich über die Entstehung von Tetris. Soll sogar ein sehr guter Film sein, aber kann ich nicht gucken. War ich nur an dieser Stelle mal erwähnt. 1996 erschien auch ein Titel, der uns in die Hölle schicken wollte, wo wir dieses Jahr, auch wieder 2023, der Kreis schließt sich, wie viel hier 2023 vollgesetzt wird, aber erst der vierte Teil erscheint. Wir haben eine Franchise, die über, jetzt lass mich rechnen, 96, ja, über 25 Jahre alt ist, aber erst vier Ableger hat, nämlich Diablo. Diablo 1 damals, ich glaube nicht, dass ich jemals bis in die Hölle gekommen bin, wahrscheinlich am ehesten bis zum Butcher und der hat mich dann weggeklatscht. Aber das ist ja auch sowas, das ist so, ja, ein Roguelike will ich es nicht nennen, aber es war ja kein Roguelike, aber es war so immer tiefer gehen, immer mehr Loot bekommen. Denn Diablo 2 mit einem Kumpel gespielt, da auch so Geschichte im Kopf, wie man geht in den Raum rein und Kumpel so, ja, ich komme, ich hände da eh so, bleib draußen, bleib draußen, bleib draußen, weil da auch wieder der Butcher war und mich umgeklatscht hat und mein Kumpel nur so, wieso? Und steht schon in der Tür und kriegt auch die Keule in die Fresse. Das sind so Anekdoten, die sind bis heute hier eingebrannt, vom Original Diablo 2. Wurde ja auch wiederbelebt mit Diablo 2 Resurrected. Warum man da jetzt ausgerechnet den zweiten Teil genommen hat? Wahrscheinlich, weil sich vier, das jetzt kommt, in ein paar Tagen quasi, wenn ich das hier aufnehme. Oder wenn ihr das hier seht zum ersten Mal, also zu erscheinen dieses Videos, das dauert schon noch ein paar Tage, erscheint Diablo 4. Am meisten Stunden habe ich verbracht in Diablo 3, muss ich zu meiner Schande gestehen, werkt mir auch am besten, am liebsten, also am meisten zu so, weil es wahrscheinlich das Casualigste ist und weil man da echt mal so einfach mal stumpf so ein paar Röntgen durch ein Portal drehen kann und gucken, wie hoch komme ich. Ich bin ja schon an dem Punkt, wo man echt selten Loot bekommt, aber ich werde natürlich vier eine Chance geben. Ich muss auch noch Diablo 2 Resurrected nochmal wieder spielen, weil ich nie alle Akte beendet habe von diesem Spiel. Ich glaube nur den dritten oder vierten. Diablo 1 habe ich auch nie beendet, da gibt es auch Mods, die das so ein bisschen hoch skalieren. Also meine To-Do-Liste ist länger als die Übersichtsliste vom Zelda-Franchise, bin ich mir ziemlich sicher. Aber nichtsdestotrotz, Diablo als Franchise, über 20 Jahre alt, hat es aber nur auf vier Teile geschafft, ist aber trotzdem noch in aller Munde. Und auf vielen Most-Wanted-Listen, glaube ich, das musst du erstmal ein Franchise schaffen. Nun gut, nun ist es von dem alten Blizzard. Und Blizzard hatte damals einen Ruf als sehr gutes Entwicklerstudio. Haben die sich ein bisschen verbockt, aber ist ja auch völlig wurscht. Ändert nichts daran, dass Diablo als Titel nicht nur über 20 Jahre überlebt hat und jetzt dieses Jahr einen vierten Teil bekommt, sondern auch unzählige Nachahmer oder ähnliche Spiele auf den Plan gerufen hat, die mitunter vielleicht sogar besser sind als manche Diablos, für manche Leute mehr Spaß machen. Aber es hat auch so ein bisschen dieses Action-Rollenspiel-Genre begründet, glaube ich und behaupte ich hier jetzt mal. Und last but not least, 1992 erblickte eine Knutschdugel das Licht der Welt, die ich auch bis heute noch spielen mag, nämlich Kirby. Natürlich, Kirby's Dreamland Gameboy, wahrscheinlich für viele auch so ein Titel, den jeder gespielt hat und jeder hoffentlich gemocht hat, weil er kann eine kleine knutschige Rusau-Kugel nicht mögen. Auf dem NES habe ich das tatsächlich sehr spät erst nachgeholt, weil ich selber nie ein NES besessen habe. Aber hat es auch auf, ich weiß nicht, das wurde ja nie durchnummeriert. Das haben sie ganz gut gemacht, schon mit Kirby's Dreamland, es gab den Kirby's Dreamland 2. Es gab Return to Dreamland, jetzt kurzum erst Return to Dreamland Deluxe und natürlich auch, ich wollte gerade The Lost Kingdom sagen, wie heißt denn der letzte Ableger? Und das, naja, ihr wisst ja, sie sind 3D-Ableger, wo sich Kirby auch wieder neu erfunden hat. Existiert also auch schon über 20 Jahre, ist immer noch nicht tot zu kriegen und wird sicherlich auch mit diesem Return to Dreamland Deluxe nicht der letzte Titel gewesen sein, den wir von Kirby zu sehen bekommen. Solange er sich etwas verkauft und einen Beliebtheitsgrad hat und auch immer noch junge und alte, sehr alte Generationen ansprechen kann. Ich weiß, viele in meinem Alter sind bei Kirby raus oder waren noch nie wirklich drin. Ich mochte das immer wahrscheinlich, weil man dazwischendurch immer was hat, was seichte, unterhaltsame, bunte Kost ist. Ist immer gut fürs Gemüt. Ich mochte das immer und ich freue mich, wenn da neue Titel rauskommen, denn man weiß effektiv immer, was man bekommt. Generell muss man festhalten, wenn Nintendo oder bei vielen Franchises, vielen, nicht bei allen, auf dieser Liste weiß man, was man bekommt. Auch heute noch, nach so vielen Jahren. Das ist beachtlich. Eine Honorable Mention habe ich noch, also ein Franchise, das es noch nicht auf ganz 20 Jahre geschafft hat, dass es aber im September diesen Jahres auf 20 Jahre schafft und auch schon auf etliche Hauptteile ein Millionenseller ist. Aber ich wollte es ursprünglich in die Liste aufnehmen, musste dann feststellen, nee, geht noch nicht. Du müsstest das Video dann nächstes Jahres aufnehmen. Nämlich Call of Duty erschien der erste Teil 2003 im September. Deswegen zur Aufnahme dieses Videos ist es noch nicht 20 Jahre alt, vor allen Dingen nicht über 20 Jahre alt. Aber zieht euch das rein. Call of Duty 2003 ist der erste Teil erschienen. Und den habe ich damals tatsächlich gespielt. Niemals in Multiplayer. Also Multiplayer war für mich erst relevant ab, wahrscheinlich Modern Warfare oder so. Da habe ich wahrscheinlich das erste Mal in Multiplayer reingeguckt. Davor nicht relevant für mich, weil hatte ich schon Internet da? Weil das erste Call of Duty war der PC meines Vaters. Aber wie gesagt, egal. Call of Duty hat es noch nicht auf die über 20 Jahre geschafft. Aber nichtsdestotrotz, wenn man bedenkt, wie viel da schon erschienen ist. Zieht euch mal rein. Wir haben Diablo mit über 20 Jahren vier Titel. Wir haben Call of Duty noch nicht 20 Jahre und da haben wir 15 Titel oder so? Ich weiß es nicht. Naja. An dieser Stelle dürft ihr mir gerne in die Kommentare kloppen, was auch immer euch hier zu diesem Video einfällt. Gefällt euch die Idee? War sie zu salopp? War sie interessant? Wie auch immer. Schreibt mir irgendwas Schönes in die Kommentare. Gebt mir ein Däumchen, wenn ihr Bock habt. Gebt mir ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt und Bock habt. Schaut gerne mal im Discord vorbei. Da können wir miteinander schreiben, sprechen, zocken, was auch immer. Und ansonsten, ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören. Je nachdem, wie ihr dieses Video jetzt konfirmiert habt. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Video.